Musik Ich kann dich auch gar nicht anbieten Das ständig bei ihm, wenn du jetzt gestorben bist Ich wär, der hat ein Messer Hahahaha Ihihihi, rückwirkend Schau mal mit der Faust, ohne Schlagwecken Ja, aber wie Goldschläger die alten Sag mal, oh jetzt hab ich... Ich glaub, ich nehm hinten doch wieder die Heulspitze Oh, jetzt bin Z Boja Ich wollte mit R zuslagen und rück die Käfig fertig Das ist klasse Du kannst nix dagegen tun, ich komm immer in R Du kannst nix dagegen tun Du kannst rein gar nix tun Du kannst nix tun, scheiße Das ist meine Kommandozentrale Da muss man sich ja auch noch die Frage stellen, ob es das Menschen waren oder Aliens Fett mit dir ein, du Bastard, mich zu rammen Leute, ist n Traktor, der n Auto wegschiebt Guck mal, wer ist der Akku? Der Traktor ist Akku auf mich Gwesen Der Traktor ist Recher Dich 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 Bei Mörsers, Alter, der schießt nicht mehr. Ist das dein Ernst? Was denn? Was denn? Oh, warte, Fetze, ich will strengen. Ist das dein Ernst, Fetze? So, Beric, will ich mein Auto mal strengen? Warum das? Anderes haben will. Ja, versplosst, Fetze. Wer war's? Da fragst du noch. Kevin. Alter. Hast du jetzt echt mit Fetzen sein Auto aufgesprengt? Ich darf's bei mir mitfallen, wenn du fützt. Ach, ich mach's das jetzt auch immer so. Aber ich bin, denk ich mal, in einer Stunde wieder da. Wenn ihr dann noch da seid. Weiß ich noch, ob ich noch da bin. Nix. Ja, keine Ahnung. Ihr seid da. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt erst mal online gekommen. Scheiße. Äh, warum ist der immer am Duschen mittlerweile? Keine Ahnung, der ist ja schon in den Beinen. Boah, ich will mal wissen, was passiert. Ja, 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 ich will mal wissen, was passiert. Vielen Dank. Ich habe auch schon mal für fast 50 Euro Funds weggeschafft. Das geht schon mal. Nein! Woh! 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 Alter! Das war knapp! Noch halb ein bisschen. Hast du es aufgenommen? Wir kriegen es aufgenommen, ist auch geil. Scheiße, Mann. Ja! Alter! Ja! 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 Ja, was muss ich jetzt machen? Einfach nur das Fahrzeug geklauen. Ja, wenn wir rennen, würde ich nicht schütteln. Ja, ich join euch trotzdem, weil ihr seid frei. Wie gesagt, die Produktionsvorwerte sind nicht alle frei, weil ich automatisch bin erst mal. Ja, trotz alledem, ich join euch, weil ihr seid... ...durch einen Hintereingang. Ich hab nicht mal die Klimaanlage gemacht. Selber mal gesagt. Oh, dafür war die Fahrt zu kurz. Einfach ansprechen, yo bitch. Mach ab. Mike, rücke einfach... Wenn du in der Ego bist... Alter, Schweizer! Ah, es tut weh. Problem, Brack. Was die Straße knutscht. Ja, so schräg, mit der Nase nach unten. Ja. Werdegend? Werdegend? Wuuu! Äh... Keine Ahnung. Ja, schnicks. Achso. Die ist okay. Sammelt ihr einen, dann bleib ich grad sitzen. Kann ich hier mitfahren? Achso, nee. Du kannst ja gar nicht sammeln. Kann ich nicht. Du musst... Ich hole deinen Heli. Äh... Wo sind die Scheiße? Da sind die Autos. Oh, scheiße. Da sind die Autos. Okay. Ah, rückwirkend. Die Buchstattung sonrt sie Poluz. Oh, scheiße. Das ist ja. Jeder, kommitAST doll, schnis. Den kann man vorher bedingen. Tiere Verkehr. Vielen Dank.